Jolan True und willkommen zu einem weiteren spannenden Tag in unserer Galaxis und es ist mal wieder da Zeit für ein kleines Schiffsvideo. Aber bevor ich über unsere gute alte Franklin rede, noch der kleine Hinweis, wenn du noch kein Abonnent meines Kanals bist, aber meine Videos magst, abonnier doch bitte den Kanal und wenn du das tust, klick auch die kleine Glocke und alle Benachrichtigungen, damit du erfährst, wenn neues Video rauskommt. Aber jetzt schauen wir uns die Franklin mal an. Die wirst du ja aus Star Trek Beyond kennen, wenn du den Film gesehen hast. Ich sage nur Jailer und die gute Musik, die sie da abgespielt hat. Und das ist das Schiff extra gegen die Schwärme. Und die kommen eben genau aus dem Film und da zerlegen die ja die Schwärme am Ende mit der Franklin. Und das Schiff ist auch wirklich sehr speziell dafür gemacht. Du brauchst ein Shipyard, also eine Schiffswerft Level 18, um dieses ungewöhnliche Drei-Sterne-Schiff zu bauen. Wie man an die Teile kommt, dazu kommen wir ein bisschen später. Aber es gibt zwei Sachen, die vorher noch wichtig sind. Einmal ist es ein Explorer, also ein Forschungsschiff und damit stark im Kampf gegen Abfangjäger. Und die Schwärme sind Abfangjäger. Das ist schon mal der erste Vorteil. Aber das ist nicht das Große. Sondern das Große ist die Schiffsfähigkeit. Und das ist nämlich die Sabotage. Beim Kampf gegen Schwarmschiffe wird der Schaden der Franklin um 4.800 Prozent vergrößert. Und das ist auch immer aktiv, egal welchen Schwarm du wann angreifst. Da zählt das. Guck nicht auf die Anfangsstärke meiner Franklin. Das hat jetzt ein bisschen was mit Forschung und sowas auch zu tun. Das wird bei dir ein bisschen anders aussehen. Aber die Franklin ist eben dein erstes Schiff, um richtig auf die Jagd nach Schwärmen zu gehen. Wenn du den Film nicht gesehen hast und ein bisschen was wissen möchtest, die Beschreibung gibt es dann immer in den Details hier in der Box. Du brauchst 90 Pläne, um die Franklin zu bauen. Und normalerweise bekommst du die Samstags im kosmischen Aufräumen. Das ist ein Event einmal pro Woche, wo du dann Teile für die Franklin bekommen kannst. Da gibt es auch je nach deinem Level andere Schiffe. Aber die Franklin gibt es eben regulär da in diesem Event. Das ist schon mal das Schöne. Wer es besonders eilig hat, kann im Moment, wenn es da sonst nichts Gutes für ihn gibt, im Event-Shop zu dem Enterprise-Münzen-Event jetzt hier auch die Schiffspläne für die Franklin bekommen. Die ist irgendwo zwischendurch hier mittendrin. Je nach Level hast du halt ein paar mehr Schiffe da drin, deswegen scrollst du halt was länger. Aber auch hier ist sie drin, falls du noch keine anderen Schiffe bekommen kannst, die du dringender brauchst. Falls du zum Beispiel gerade Level 18 bist. Hier gibt es auf jeden Fall auch Franklin-Pläne in diesem Shop. Aber ich rate dir erst zu schauen, ob es da irgendwelche Schiffe gibt, die du nur über dieses Event bekommen kannst und eben nicht durch ein wöchentliches Event. Dann lohnt sich das eher, als jetzt die Franklin zu holen. Du wirst über das kosmische Aufräumen ein paar Wochen brauchen. Ich habe jetzt, das ist jetzt so lange her und bei mir ist sie auch im kosmischen Aufräumen gar nicht mehr drin, weil ich das Maximum da geholt habe, dass ich jetzt leider vergessen habe, wie viele Teile auf einmal. Aber wenn du das kosmische Aufräumen siehst, weißt du, wie viel du auf einmal holen kannst und wie viele Wochen du dann brauchst. Es sind auf jeden Fall einige Wochen. Level 18 ist bei mir jetzt einfach zu lange her, dass ich das auswendig noch weiß. Aber das ist jetzt auch nur eine relativ unwichtige Information, weil du sie selbst sofort siehst, wenn du bei dir reinschaust. Wichtiger ist, dass du diese Franklin brauchst, um dann in diesen Systemen, wo du hier diesen Nebel drumherum siehst, das heißt vor allem am Ende Kowa und Andavis, das sind die ersten Systeme, wo du mit der Franklin hinfliegen wirst, denn dort findest du die schwächsten Schwärme in diesem Spiel, denn das sind die Level 15 Schwärme. Und wie gesagt, das sind Abfangjäger, da hat ein Explorer oder so ein Forschungsschiff ja schon sowieso einen Vorteil. Und die Franklin dann eben durch ihre Spezialfähigkeit dann sowieso. Und du fängst halt hier an bei Level 15 und je nachdem, wie gut du klarkommst, kannst du dann in die höheren Systeme gehen. Also Schwärme gibt es auch auf weit höherem Level. Und später kommt dann sogar noch Schwarmarmadas. Wir nennen die mal Schwarmarmadas, aber das ist wieder ein Thema für ein anderes Video. Auf jeden Fall ist die Franklin eine Sache, die dich weiterbringen wird. Und dazu gibt es dann eben auch noch eine Raffinerie, die Ressourcenraffinerie. Und hier kannst du Franklin Pläne holen. Du kannst hier irgendwann diese Schwarmbiotics umtauschen und die Fortgeschrittenen dann später mit der Franklin A. Und außerdem kannst du dir hier Teile für die Franklin holen. Bei mir ist das jetzt alles schon auf Franklin A ausgerichtet, weil ich die schon habe. Aber auf die Raffinerie gehe ich jetzt auch nicht im Einzelnen ein. Das ist auch ein Thema für ein eigenes Video. Du weißt ja, dass ich Raffinerie-Videos mache. Aber du sollst schon mal wissen, wenn du die Franklin hast, guck auf jeden Fall auch nach der Raffinerie. Die kommt automatisch mit deiner Franklin. Da wird es ein bisschen anders aussehen als bei mir gerade. Aber das entwickelt sich ja alles mit der Zeit. Aber die Franklin war eben im Film nicht nur sehr hilfreich, die ist auch hier sehr hilfreich, weil du eben über den Einsatz der Franklin einiges bekommen kannst. Jeden Sonntagabend gibt es ein Franklin Event zum Jagen von Schwärmen, wo du schöne Ressourcen einsammeln kannst oder Materialien auch und also auch Gas und sowas. Und zusätzlich bekommst du dann auch noch Offizierteile. Und je nach Level, wenn du dann aufsteigst, wird auch das noch ein bisschen interessanter. Ich bekomme da auch mittlerweile Fünf-Sterne-Material. Und deswegen mache ich auch jeden Sonntag dieses Event. Und dafür braucht man eben erst die Franklin und später dann die Franklin A. Und deswegen ist das auf jeden Fall ein Schiff, dass du dir schon frühzeitig über das kosmische Aufräumen besorgen solltest. Und wie gesagt, jetzt im Moment, wenn es nichts anderes Gutes im Shop gibt, hol sie dir auch im Shop für die Enterprise Münzen. Dann kannst du das Ganze sogar noch ein bisschen beschleunigen, wenn du gerade zum Beispiel auf Level 18 bist. Da wird ja nicht so viel mehr anderes angeboten. Vielleicht noch die Botany Bay. Aber die Nordstern wäre noch eine Alternative auf Level 18. Die müsstest du dann im Shop haben, wenn du gerade da bist. Und die kriegt man eben nicht über irgendwelche Events. Dann ist schon die Überlegung, ob du dann eher dir Nordstern-Teile holst als Franklin. Weil die Franklin halt, wie gesagt, über eine wöchentliche Arbeit sozusagen auch zu bekommen ist. Und du hast gesehen, ich habe schon wieder 80 von 90 Teilen. Das war der Rest, den ich umgetauscht habe in diesem Event, als dann die Schiffe ausgegangen sind, mit denen ich noch was anfangen konnte, wie die Amalgam und so. Und habe schon fast wieder eine Franklin zusammen. Ich habe eine Franklin A, aber keine normale Franklin mehr. Vielleicht baue ich mir die noch. Ich bin halt auch ein Schiffssammler. Wenn ich es nicht gerade zerstören muss, im Verschrotten, weil ich die Materialien ganz dringend brauche, dann möchte ich schon am Ende von jedem Schiff eins mal bei mir in der Flotte haben. Das ist halt so eine persönliche Eigenheit. Manche sind halt so, manche sind anders. Aber ich hoffe, ich konnte dir einen kleinen Einstieg geben, gerade wenn du jetzt im Bereich Level 18 bist, über die Franklin und auch den Vorteil, sie tatsächlich zu haben. Und wenn du selber zur Franklin was hinzufügen möchtest, falls du sie zum Beispiel gerade bekommen hast oder falls du sie dir über diesen neuen Shop geholt hast, der jetzt ja nur kurze Zeit läuft, weil es da nichts anderes gab, lass es mich gerne wissen in den Kommentaren. Ich bin immer sehr froh über eure Erfahrungen. Und ansonsten, wenn du allgemeine Fragen hast oder Video-Wünsche, du weißt, ich lese regelmäßig die Kommentare. Und ansonsten, wenn du auch nur Hallo sagen willst und aus welcher Stadt du kommst, du weißt, ich bin immer neugierig, wo meine aktiven Zuschauer so herkommen, abseits der Statistiken von YouTube. Und deshalb lese ich das auch immer gerne. Da bin ich neugierig. Und wenn du jetzt noch ein weiteres Video sehen willst, neben dem Abonnier-Button ist noch ein weiteres Video von meinen Playlists. Ich sehe dich dann da. I'll be back.